Taddy! Hast du das auch gehört? Leute! Ich weiß nicht, ob ich das gerade nur im Traum gehört habe, aber ich könnte schwören, dass... Ähm... Warte, Moment. Warum? Warum bin ich... Warum bin ich denn schon wieder im Gefängnis? Mann, Taddy! Was hast du wieder angestellt? Hast du wieder heimlich Gummibärchen geklaut? Oder warum sind wir wieder im Gefängnis? Aber ich sage euch ehrlich, das sieht diesmal anders aus und... Hört ihr das? Das kommt von... Das ist Shin-Sonic, Leute! Verstecken! Oh mein Gott, Leute! Habt ihr das gesehen? Das ist einfach Shin-Sonic gewesen, ne? Äh... Äh... Leute, ich glaube, wir sind im Shin-Sonic-Gefängnis eingesperrt. Guckt euch das an, Alter! Wie ekelhaft sieht das aus? Was ist mit Sonic passiert, Leute? Der hat sich irgendwie in Shin-Sonic verwandelt. Und jetzt treibt er hier in Roblox sein Unwesen. Alter, guckt euch das an, wie gruselig der aussieht, Leute. Bah! Ey, ich sage ehrlich, Taddy. Es tut mir leid, aber ich muss dich zurücklassen. Wir haben keine Zeit mehr. Ey, Leute, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, lasst ihn mal einen fetten Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, kostenlos den Kanal hier zu abonnieren. Und ich versuche jetzt hier erstmal, diesen Lüftungsschacht aufzubrechen. Das hat funktioniert. Ey, ich sage euch ehrlich, Leute. Ich will nicht von Shin-Sonic gefressen werden. Das ist ehrlich nicht auf meiner Liste. Ich glaube, ehrlich von Shin-Sonic gefressen zu werden, ist etwas, das sollte man lieber nicht ausprobieren. Deswegen brechen wir jetzt ganz schnell aus. Und oh mein Gott. Warum steht der hier einfach? Das ist ein Morph, Leute. Ich glaube, man kann sich auch selbst in Shin-Sonic verwandeln. Wenn wir das am Ende machen sollen, lasst den Daumen nach oben da. Aber bevor wir das machen, brechen wir jetzt erstmal aus. Wir klettern einmal die Leiter nach oben. Und ich sehe, ich glaube tatsächlich, hier oben müsste dann tatsächlich hier... Genau, da müsste der rote Knopf sein, den wir drücken müssen. Da drücken wir einmal drauf. 3, 2, 1 und... Bevor ich da drauf drücke, drückt ihr auch auf den roten Knopf da unten. Denn wir sind nämlich auf dem Weg zu den 1.000.000 Abonnenten. Und wenn ihr davor abonniert habt, dann habt ihr für immer Glück. Deswegen lasst jetzt ein Abo da, Leute. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auf den roten Knopf drauf gedrückt. Das heißt, wir können jetzt hier ausbrechen. Aber in der Hoffnung, dass wir nicht runterfallen wollen. Schaut mal da unten, ne? Hat Shin-Sonic irgendwelche Spikes hingemacht? Das heißt, da versuchen wir lieber nicht reinzufallen. Und was ist das? Ähm... Ein Jetpack, den könnte ich durchaus gut gebrauchen. Was kostet der? Äh... 249 Robux. Man gönnt sich sonst nichts, Leute. Komm, wir kaufen das einfach. Macht es mir immer bitte nicht zu Hause nach, okay? Ich habe mir das jetzt gekauft und ich will noch... Ah, so ein Gottstrahl. Der kostet 350 Robux. Den kaufen wir einfach auch noch. Falls wir ein paar andere Spieler ärgern wollen. Ich weiß nicht, Leute. Wir kaufen das einfach. So. Schaut, jetzt haben wir nämlich ein Jetpack. Oha, mit dem können wir jetzt fliegen, ne? Und wir haben das hier damit... Ähm... Warum funktioniert das nicht? Hallo? Hier wird gescampt? Das geht nicht? Also, ich habe jetzt gerade 250 Robux umsonst dafür ausgegeben. Aber wenigstens funktioniert hier unser Jetpack, Leute. Aber okay. Lasst uns einmal diesen Schraubenschlüssel hier nehmen. Denn damit hauen wir jetzt hier diesen Lüftungsschacht ein. Komm schon. Bam! Oha, den haben wir eingehauen, Leute. Okay, jetzt schnell hier raus. Ab nach unten. Arschmaube! Mein Gott. Nein! Leute, wir sind hier unten angekommen. Und da hinten ist Shin Sonic. Ey, Digga. Hört ihr das? Der macht voll die gruseligen Geräusche. Mein Gott, wie gruselig der aussieht. Und hier brechen gerade voll viele andere Leute aus. Ey, wenn der jetzt gerade abgelenkt ist... Ähm... Leute. Ich glaube, der hat uns gesehen. Ja! Shin Sonic verfolgt uns. Leute, was sollen wir machen? Jetpack! Ja! Tschüss, Shin Sonic. Haha! Wir haben ihn hochgenommen. Haha! Wir fliegen weg. Hau rein! Oh mein Gott. Nein, wir müssen den Knopf da unten drücken, Leute. Okay, warte. Shin Sonic, entspann dich! Wir müssen den Knopf noch da vorne drücken, dass oben der Lüftungsschacht aufgeht. Okay, ganz schnell. Einmal den Knopf drücken. Bam, Leute! Und jetzt, Shin Sonic, bevor ihr uns auf müsst, ist jetzt direkt hinter uns! Oh mein Gott, renn schneller! Räh! Oh mein Gott! Fang mich doch, Shin Sonic! Digga, ich glaube, der ist... Der ist zu dumm zum Treppensteigen. Nein. Er kommt die Treppen nicht hoch. Was willst du machen, Shin Sonic? Kommst du die Treppen nicht hoch? Ey! Ey! Der hat den geschubst! Ey! Oh Mann, Junge! Wir sind gestorben. Weil irgend so ein Dummkopf Shin Sonic geschubst hat und er deswegen dann die Treppen hochlaufen konnte. Okay, Versuch Nummer zwei, Leute. Nicht von Shin Sonic gegessen zu werden. Ah, ich glaube, ein bisschen schneller ist er. Ah, mal gucken, ob er jetzt die Treppen hochkommt. Er kommt wieder nicht hoch. Ja. Jetzt hast du den Salat, du Dummkopf! Hau rein! Okay, Leute, jetzt ab nach oben. Oh mein Gott. Ey, das kann nicht sein. Wir wurden von Shin Sonic aufgegessen. Wie viel Anlage muss man haben? Der wurde einfach geschubst und konnte deswegen dann die Treppen hochlaufen. Aber okay, schaut mal. Oh mein Gott. Hier ist noch so ein roter Shin Sonic Morph. Ih, guck mal, was er für 10 hat, Leute. Ey, den müssen wir später noch freischalten. Aber jetzt brechen wir erst mal weiter aus. Zack, einmal nach unten. Und guck mal, hier ist die Shin Sonic Toilette. Ah, hier muss irgendwo ein Ausgang sein, Leute. Ah, vielleicht hier. Natürlich nicht. Vielleicht hier. Hier hat Shin Sonic reingekackt. Und hier ist der Ausgang, Leute. Aber was ist hier? Hier hat er reingepipit. Nein, wir machen hier lang, Leute. Einmal ab nach unten. Auf Wiedersehen, Shin Sonic. Wir machen einen Abgang. Zack. Oh, wir sind unten, Leute. Im geheimen Shin Sonic Keller angekommen. Und guck mal, wie hier alles aussieht. Hier ist alles so blau. Okay, dann würde ich sagen, brechen wir jetzt aus, Leute. Einmal nach oben. Zack, zack, zack. Das kriegen wir hin. Nein, nicht runterfallen. Wir können auch eigentlich gleich mal unseren Chatpack nochmal ausprobieren. Wir fliegen jetzt einfach hier drüber, Leute. Und zack. Bam. Ich meine, wir haben uns nicht umsonst einen Chatpack gekauft. So. Boah, das war einfach. Und jetzt müssen wir hier reinlaufen. Okay. Ey, Digga, Leute, denkt ihr? Hä? Was ist das da unten? Hä? Guckt mal. Hä? Wo kann man hier lang, Leute? Das ist neu. Hier ist einfach ein Pool drin. Geht ihr Shin Sonic immer baden, oder was? Guckt euch das an. Hier ist einfach ein Pool drin. Haha. Oh Mann, wie lustig. Ey, aber denkt ihr, es wird einen krassen Endboss Shin Sonic geben, Leute? Ey, wenn der Shin Sonic gerade schon so heftig war. Ich will nicht wissen, wie der Endboss... Hä? Was ist das denn? Guckt mal, hier ist überall so Wasser, Leute. Hier kann man langschwimmen. Und da kommt eine riesengrohne Kugel gerollt. Ah! Oh mein Gott, das war knapp. Ey, aber man kann einfach hier langschwimmen. Das ist cool, Leute. Oh, oh. Ich bin zu langsam. Leute. Ah! 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 Digga, wie knapp das schon wieder war. So, dann warten wir, bis die Kugel vorbeigerollt kommt. Und dann gucken wir mal. Meint ihr, hier oben gibt es einen Geheimgang? Huh? Warte mal. Ich glaube, hier gibt es keinen Geheimgang, Leute. Oder? Nein, hier gibt es keinen. Huh? Aber hier in der Ecke ist irgendwas. Seht ihr das? Meint ihr, man kann hinter den Wasserfall durchlaufen? Aber hier ist doch irgendwas, Leute. Huh? Ey, das wäre so krass. Warte, hier ist doch irgendwas, oder? Kann man hier durch? Warte, hier ist Lava! Guckt mal da. Seht ihr das, Leute? Aber ich glaube, hier ist kein Geheimgang. Oh, 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 oh! Ah! Okay. Ich dachte schon, wir werden wieder überrollt. Aber okay, wir haben geschaut. Es gibt hier tatsächlich keinen Geheimgang. Aber okay. Huh? Warte mal, Leute. Ist das die Freundin von Shin Sonic? Huh? Ah! Das ist die Freundin von Shin Sonic, Leute! Stell hier rein! Ah! Hebe umlegen, zack! Wo ist sie? Hallo? Ich sehe sie nicht mehr, Leute. Kann sie sich unsichtbar machen? Hä? Ich sehe sie nicht, Leute. Hä? Wo ist sie, Leute? Ah! Sie sind uns! Oh mein Gott, da bin ich nicht erschrocken! Ah! Oh Mann! Leute! Die wollten uns austricksen! Auf einmal war die hinter uns! Junge! Alter! Die hat uns fast bekommen! Für die Samen, wir laufen jetzt die Treppe schnell nach oben, Leute. Okay, einmal hier lang. Alter! Die hat uns fast aufgegessen! Okay. Hebe umlegen, zack! Und jetzt geht es hier ab nach oben. Oh Mann! Ey, Leute! Ich glaube, wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Wir sind auf einem guten Weg nach draußen, ne? Einmal hier nach oben. Guck mal, wie es hier aussieht. Hier ist alles blau. Was ist das hier hinten? Schaut mal! Oh mein Gott! Hier ist der VIP-Raum! Ich glaube, hier schaffen wir es rein, wenn wir ausgebrochen sind, komplett. Da oben steht Exit. Da müssen wir hin, Freunde. Aber bis dahin haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Das heißt, einmal hier wie immer einen Energydrink trinken. Einmal kluck, kluck, kluck. Rein damit! Lecker schmecker! Und jetzt sind wir super schnell. Oh mein Gott! Und hier unten sind wir Lava nicht da reinfallen, okay? Einmal hier lang. Zack, zack, zack! Bam! Bam! Okay! Okay! Okay, das kriegen wir hin, Leute. Was kriegen wir hin? Zack! Nicht in die Lava reinfallen. Ich bin so gespannt auf den Shin-Sonic-End-Boss, ne? Sag ich ehrlich. Zack! Bam! Okay! Jetzt einmal nach oben. Zack, 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 zack! Easy peasy! Geh auch einmal nach oben, Leute. Okay, okay, okay. Hier sind die Telefonzellen. Warte mal, ich glaube, wir brauchen hier bestimmt wieder eine Leiter. Ja. Wir müssen kurz die Leiter holen gehen. Die müsste eigentlich wie immer hier drin sein. Oha! Ey, aber wie cool blau hier alles ist, ne? Ihr wisst, blau ist meine Lieblingsfarbe. Aber ich meine, das ist immer noch das Gefängnis von Shin-Sonic. Also, mit Shin-Sonic sollten wir uns nach wie vor nicht anlegen. Und nein, ich habe die Leiter in der Hand. Warte, zack, bam! Und einmal nach oben. Easy. Ey, wie gesagt, Leute. Wenn ihr Bock habt auf ein Teil, wo wir selbst als Shin-Sonic spielen, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Weil, schaut euch das an. Ich glaube, auch hier kann man sich wieder selbst in Shin-Sonic verwandeln. Und dann selber Leute aufessen. Also, wie gesagt, Leute. Wenn ihr Bock habt, dass wir uns in Shin-Sonic selbst verwandeln, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht machen wir dann sogar einen zweiten Teil, wo wir wirklich eine Folge lang komplett nur selbst als Shin-Sonic spielen. Und versuchen, Leute aufzuessen. Das könnte mega lustig werden. Deswegen, lasst dafür einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare rein. Aber jetzt erst mal hier ausbrechen, ne? Also, einmal nach oben. Zack, 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 zack. Okay, hier lang. Okay, hier ist die Ventile, Leute. Die müssen wir wie immer zumachen. Das heißt, einmal nach unten. Wobei, warte mal. Nein! Wir haben noch ein Chat-Pack, Leute. Bedeutet, wir müssen die Ventile nicht zumachen. Wir nehmen einfach das Chat-Pack, fliegen nach oben. Und dann können wir nämlich einfach so ausbrechen. Ich habe mir noch nicht umsonst ein Chat-Pack gekauft, hä? Einmal hier drüber fliegen. Wir haben einfach das ganze Level geskippt. Okay, jetzt sind wir direkt hier oben und können hier ausbrechen, ne? Oh, Mann, Leute. Oh, Mann. Okay, jetzt sind wir hier. Okay, das heißt, einmal hier drüber. Bam! Bam! Okay, nicht runterfallen. Zack. Hier lang, Leute. Nicht runterfallen. Okay. 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 Das haben wir. Okay, komm, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich bin sicher, komm zu sterben. Nein! Okay, das haben wir auch. Okay, jetzt ab nach oben. Zack, 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 zack. Ey, ich bin so gespannt auf den Endboss, wie der aussieht. So, jetzt einmal nach oben und bam! Okay, das sieht gut aus. Jetzt einmal hier nach unten und... Wo sind wir? Hallo? Leute? Oh, nein. Da ist der rote Schin-Sonic, Leute. Oh, Mann. Ey, wie heißt nochmal der rote Sonic, Leute? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ey, ich weiß nicht mehr. Wie heißt der, Leute? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, er hat uns gesehen. Oh, mein Gott. Der hat uns gesehen, Leute. Renn! Ja, ich glaube, der hieß immer was mit Knuckles, oder? Hieß der Knuckles, Leute? Oh, er kommt. Er kommt. Wir brauchen die Bazooka. Gebt mir die Bazooka. Ja, bam, bam. Oh, mein Gott. Nicht mit mir. Nimm das, Schin-Sonic. Oh, nein. Wir werden aufgegessen, Leute. Nein. Nimm das. Bam, bam, bam. Ja, wir haben ihn. Let's go. Haha, yippie. Okay, jetzt schnell ab nach draußen. Oh, Mann, oh, Mann. Das war richtig knapp, Leute. Oh, Mann. Okay, hier ist der Ausgang. Ich glaube, hier ist wieder diese Mega-Rutsche, oder? Aschbombe! Aua, 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 Boing, Doing, Doing. Ah, oh, Mann. Junge, wir haben uns zehnmal überschlagen, Alter. Oh, Mann. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir hier nach oben, Leute, oder? Zack. Einmal die Leiter nach oben klettern. Ey, ich glaube, jetzt sind wir fast am Ausgang, ne? Hier vorne müsste jetzt fast der Ausgang sein, oder? Ey, wie krass das hier alles aussieht. Oh, Mann. Ey, gleich müssen wir den Endboss, Schin-Sonic, besiegen. Ich bin so gespannt, wie der aussieht, Leute. Oh, mein Gott. Einfach Endboss, Schin-Sonic, okay. Einmal nach oben, zack, zack, zack. Okay, komm schon. Ja, sehr gut, sehr gut, Leute. Jetzt einmal hier nach oben. Bam. Okay, easy peasy. Zack. Alter, Leute. Ich glaube, da vorne seht ihr diese Tür. Dahinter befindet sich der Endboss, Schin-Sonic. Alter, ich bin so aufgeregt. Oh, Mann, oh, Mann. Okay, lasst uns hier einmal diese Metallplatten nehmen, Leute. Einmal zack. Bam. Und dann werden wir gleich endlich ausbrechen aus dem Schin-Sonic-Gefängnis. Ich bin so gespannt. Okay, einmal hier lang. Sehr gut, Leute. Alter, das könnte so krass werden, Leute. Okay, einmal hier lang. Okay, eine brauchen wir noch. Alter. Ey, das wird so heftig, Leute. Oh, Mann, ich bin so aufgeregt. Einfach der Endboss, Schin-Sonic in Roblox. Okay, okay, okay. Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert. Und ich würde sagen, zack, wir brechen aus. Dahinter befindet sich der Endboss. Ich würde sagen, seid ihr bereit? In drei, zwei, eins. Let's go. Sonic? Hä? Sonic? Was machst du hier? Sonic? Ey, Leute, warte mal. Das ist ein normales Sonic. Meint ihr, der ist lieb? Sonic? Er hat mit dem Kopf geschüttelt. War das ein Nein? Er ist doch nicht lieb. Der will uns umbringen. Ey, Sonic. Ich hab gedacht, du bist lieb. Der will uns umbringen, Leute. Wie er mit dem Kopf schüttelt. Ja, ich hab verstanden, dass du böse bist. Aber du musst mich doch nicht umbringen. Aaaaaaah, aua. Junge, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot, Leute. Ich bin Sonic. Bitte bring mich nicht um. Nein, ich bin fast tot. Wir haben die erste Minigal kaputt gemacht. Okay, jetzt die zweite, Leute. Wir müssen kurz Rückzug machen. Wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Wir müssen Rückzug machen. Junge, guck mal oben rechts, Leute. Digga, wir haben ein HP, Leute. Sonic will uns umbringen. Sonic, ich dachte, du bist lieb. Er will uns umbringen, Leute. Ey, wie schaffen wir das jetzt, ohne zu sterben? Können wir hier aufs Dach drauf? Ich bin auf dem Dach drauf, Leute. Und jetzt können wir von hier... Können wir hier runterschießen, Leute? Wir bekommen keinen Schaden, ne? Ja, ja, wir treffen ihn, Leute. Ja, wir treffen ihn. Er kann nichts machen. Er kann nichts machen. Letzter Schuss. Boom. Let's go. Ja. Wir haben schon Sonic besiegt. Beziehungsweise, das war eigentlich der normale Sonic im Barry-End-Boss-Roboter, Leute. Und wir haben ihn besiegt. Hier ist das Auto. Das heißt, Leute, es geht ab nach draußen. Seid ihr bereit? Freiheit! Let's go! Schaut, dahinter war das Gefängnis und wir sind jetzt hier vorne ausgebrochen. Ey, hier oben müsste der Helikopter auf uns warten. Wir haben es geschafft. Wir sind aus dem schon Sonic-Gefängnis ausgebrochen, Freunde. Let's go! Okay, jetzt einmal schnell nach oben. Können wir den abschießen, ne? Junge. Oh, Mann, der Arme. Wir lassen ihn in Ruhe. Der ist auch gerade ausgebrochen. Ey, aber ich habe echt gedacht, dass Shin Sonic als End-Boss da sein wird. Aber es war einfach Sonic. Heißt das, dass Shin Sonic den normalen Sonic gefangen hat, Leute? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Aber wir gehen jetzt hier nach oben. Zack, zack, zack. Einmal hier hin. Und dann einmal rein in den Helikopter, Leute. Oh, Mann. Wir haben es geschafft. Wir sind ausgebrochen, Leute. Let's go! Oh, Mann. Freunde, ich würde sagen, wenn euch der heutige Gefängnisausbruch wie immer gefallen hat, lasst einen richtig fetten Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos den Kanal zu abonnieren. Und wir sind jetzt hier im VIP-Raum. Falls ihr Bock habt auf den zweiten Teil, wie gesagt, wo wir selber Shin Sonic spielen, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten checkt wie immer eins dieser beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen in der neuen Folge. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.